Die Leiche scheint der Mitglied des Verminster-Einsatzgruppe 2 zu sein. Verschließungsdaten wird bei der Leiche keinen Ausschluss darüber geben. Commander Callum sollte über dieses Massaker informiert werden. Hier spricht Commander Callum. Euch entgeht offenbar nichts, mein Sith-Lord. Auch nicht der Standort der Basis von Einsatzgruppe 2. Wie ist Ihr Status? Tod. Jeder Einzelne. Zurück liegt nur dieses Datenpad. Der Inhalt ist verschlüsselt. Standard-Protokoll des TAM-Kommandos. Ladet die Daten hoch und ich werde sie entschlüsseln. Mal sehen. Vertraulicher Bericht Mission zur Rettung der Schreckensmeister. Ah, da ist es. Laut diesem Logbuch sollte Einsatzgruppe 1 die Sith befreien. Gruppe 2 blieb zurück, um die Flucht zu sichern. Dann wurden sie angegriffen. Ihre Wunden wurden ihnen im Zorn zugefügt. Die Republik hat nicht den Mumm dazu. Nur die Eschkar könnten so viel Zerstörung verursachen. Die Eschkar. Ihr habt natürlich recht. Ihr habt vielleicht zuvor ihre Flucht verhindert, aber viele laufen immer noch frei herum. Und sie werden stärker. Im Namen des Imperators bitte ich euch um eure Hilfe, mein Sith-Lord. Helft uns, die Schreckensmeister zu befreien, bevor die Eschkar sie vernichten. Die Sith-Lords werden leben, um wieder dem Imperium zu dienen. Hervorragend. Tut das und unsere Operationen auf Belsaves werden endlich erfolgreich sein. Euren Informationen zufolge hat sich Einsatzgruppe 1 auf den Weg zu Kammer 914 gemacht. Dort hält die Republik die Schreckensmeister gefangen. Findet sie sofort. Und wenn ihr Eschkar begegnet, zeigt keine Gnade. Okay, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen zur Republik, beziehungsweise zur Kammer. Dann müssen wir mal wieder ein Stückchen zurückreisen, weil irgendwie haben wir jetzt die Klassenmissionen hinter uns gelassen. Aber wie gesagt, das sind ja sowieso nur noch zwei Missionen. So, hier müsste die Kammer sein, ne? Ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Vorne sind ja noch mehr. Aber ihr seid die letzten zwei für meine Bonus-Fusionen. Sehr schön. Komme ich an denen vorbei? Nee, nicht an allen. Oh, ich darf vorne um eine Sicht machen. Aber wie es scheint, sind die Schreckensmeister weg. Hier drin eine Wahnsinn, nämlich. Ja, das ist ja von Kammer 914. Für Überwachungsvideo der letzten 24 Stunden wird gleich abgespielt. Das war's. Ja, der war's. Aber das ist nicht so, wie er ist. in pain herzzerreißer soll man konfrontieren sehr wirklich herzzerreißend so dann schmuggeln wir uns mal hier wieder raus oder erwischt zu werden die sind gott sei dank noch nicht wieder respawn so schnell geht das gott sei dank dann doch wieder nicht wo ich ganz froh darüber bin so können wir jetzt nämlich hier in ruhe rauslaufen so da geht es dahin und da geht es zur planeten mission ich mache jetzt die planeten mission fertig und dann geht es weiter zur klassenmission dazu viele tote das grab so da vorne ist es und da vorne ist dann auch gleich so eine komische taxi statt der wir uns dann oder teleport station ist es ja keine taxi station der wir uns dann fort bewegen können die muss ich machen die werde ich nicht vor der phase los das wird wegen hey Fahrstühle mensch unser liebtes das fortbewegungsmittel höhle unter dem baum die die einfach mal gepflegt ich hoffe es ich hoffe es so wo haben wir sie denn kann man den auch vorbei mal gucken tatsächlich perfekt das kommando und hier haben wir die schreckensmeister schreckensmeister raptus der nicht mit uns reden will bestie und 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 so herbst zur reise erzähl mal so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lass die Schreckensmeister gehen. Ich werde kein zweites Mal darum bitten. In der Schreckensmeister gehen. Ich werde kein zweites Mal bitten. Ich werde kein zweites Mal bitten. auch wenn ihr euch die Macht hier klaut. Sprich mit Schreckensmeister Raptus. Er wagt es, die Schreckensmeister kontrollieren zu wollen. Angst. Niemand kann uns kontrollieren. Nicht dieses Gefängnis, nicht die Republik und mit Sicherheit nicht diese Kreaturen. Es ist ein Privileg, endlich den Schreckensmeistern gegenüberzustehen. Natürlich. Die dunkle Seite ist stark in euch. Aber ihr befindet euch nun im Gegenwart von wahrer Macht. Hier drin, Männer! Streckt die Imperialen nieder und nehmt die Schreckens! Wie schön, euch zu sehen! Dieser Kloß in eurer Kehle? Das ist Panik. Bedenkt, was als nächstes passieren wird. Zeigt der Republik die wahre Bedeutung von Schrecken? Zuerst weitern sich die Pupillen. Die Muskeln verkrampfen sich. Hysteriet tritt an die Stelle von Rationalität. Und dann... Zerbricht der Geist! Es wäre mir eine Ehre, die Kunst des Schreckens zu lernen. Helft uns zuerst von diesem elenden Planeten zu entkommen. Dann können wir uns vielleicht unterhalten. Commander Callum, die Schreckensmeister sind bereit zur Evakuierung. Ich wusste, dass ihr uns nicht enttäuschen würdet, mein Sith-Lord. Ich bin Commander Callum, meine Lords. Es ist mir eine Ehre, für euer sicheres Geleit von Belsavis zu sorgen. Ein Evakuierungsteam erwartet euch im Minimalsicherheitsbereich. Gut, wir werden sofort zuschlagen. Aber zuerst terrorisieren wir die Eschka. Eure Fähigkeiten sind vielversprechend. Lernt aus dem, was ihr heute gesehen habt. Möge es eure Macht stärken. Die Schreckensmeister machen nicht so leicht Komplimente. Aber ich stimme ihrer Einschätzung zu. Jetzt bleibt nur noch die Nachbesprechung. Ich werde euch an Bord der Raumstation erwarten. Commander Callum, Ende. Gut, haben wir die Schreckensmeister auch befreit. Jetzt müssen wir... Ja, wir können. Mal hier rum. Oh, warte mal. Ich gehe mal hier hoch. So, warte mal, warte mal, wir müssen hier lang. Okay, das wäre wohl ein bisschen zu hoch. Den können wir abkürzen. So, der Droida hat uns diesmal mal ignoriert. Auch sehr schön. Ähm, da und da, okay. Ähm, da und da, okay. Wir müssen die Klassenmission hier zu Ende bringen. Und es ist soweit weg. Moment, wir können das Taxi benutzen, Gott sei Dank. Zu Ihren Diensten, mein Gott. Okay. Reiseroute bestimmt. Das Taxi zeigt uns nur an, dass wir zum Minimalsicherheitsbereich zurück sollen. Um mit Commander Callum dann zu reden. Aber wir müssen ja nur eine Klassenmission und so machen, ne? Und die ist hier oben irgendwo. Zum Kotzen. Oh, Mann. Ich dachte, wir könnten da jetzt bequem mit dem Taxi hin. Das zieht doch die ganze Sache hier nur unnötig in die Länge, Leute. Kann man nicht irgendwie abkürzen, so querfeldein oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Am besten, wir bleiben einfach auf der Straße, weil... Nicht, dass wir jetzt querfeldein fahren und dann war es total falsch. Da muss ich wieder mal bemängeln, dass diese Karten nicht aufgedeckt bleiben und bei jedem neuen Char wieder nicht aufgedeckt sind. Dass das nicht einfach Vermächtnis gebunden wird. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man einfach will, dass man diese Erfahrungspunkte bekommt. Und wer bist denn du? Mach sensitiver. Aber wie gesagt, ich könnte auch auf die paar Erfahrungspunkte auch von, äh, verzichten. Ah ja, ihr mich auch da hinten. Boah, aber wie sie alle sehen, äh, ist ja nervig. Können wir in den drin? Tatsache. Ach, Mann. Oh, ja. Äh, Ast sciacke. So, wir haben jetzt noch eine 2.